einen wunderschönen sonntagabend und herzlich willkommen zur 243 folge der honigwabe und damit auch willkommen an meinen wundervollen co-host casper hallo geht's dir gut schlomo ja kann ich klagen du das freut mich sehr ja mir geht es fantastisch du wolltest glaube ich verkünden was jetzt aus dorata geworden ist genau ja wir haben 4000 euro für sie zusammen bekommen also eigentlich nicht ganz werden eigentlich 4000 dollar da kam noch so ein paar abzüge runter aber es war in der region von 4000 euro und deswegen haben wir es aufgerundet auf 4000 euro das ist jetzt über einen mittelsmann an sie vermittelt worden sollte wahrscheinlich schon da sein wenn nicht dann in ein zwei tagen aber die kohle ist bei uns runter und geht an loretta also ihr habt hier 4000 euro für die 16 jährige zustande gebracht was denke ich eine ganz stolze leistung ist ja das ist das ist das ist eine hausnummer mein lieber das ist ich noch mal ich komme später sowieso noch mal zu loretta und ihrer mutter ich habe mit der telefoniert also reaktion kriegt ihr dann sowieso noch von ihr zu hören den dank richtig da noch mal aus und damit kommen wir zu einem der heutigen haupt themen und zwar die neuigkeiten von loretta genau die neuigkeiten von schlumpfine aus mecklenburg-vorpommern was gab es da für neuigkeiten ja hass ausländerfeindlichkeit tiefrechte symbolik hitler verehrung aller möglichen ungeheuerlichkeiten dieser art wurden diese woche von der presse aufgedeckt ganz vorne mit dabei war der herr tim röhn der ist autor bei der welt und mir bereits eine weile bekannt weil der häufig gut artikel schreibt und hier und da mal gegen den mainstream schwimmt dann sieht das aber leider offensichtlich immer mal wieder als notwendig an den guten jungen zu spielen und das ging mir dann nach dem dritten vierten mal so auf den sack dass ich ihm bei twitter entfolgen musste und seite habe ich nicht mehr allzu viel von ihm mitbekommen um jetzt mal ein konkretes beispiels haben für dieses rumgekacke das beste beispiel was ich von auf die stelle noch finden konnte ist dieser tweet hier vom september 23 da hatte eva fladinger bruck geschrieben mein kollege janibal ist gerade in am bedusa und berichtet für news ich habe darüber nachgedacht mit ihm zu gehen aber wir haben entschieden dass es zu gefährlich für mich wäre dort unbewaffnet herumzulaufen und zu berichten wenn ich mir die aufnahmen anschaue bin ich froh über diese entscheidung keine einzige klammer auf weiße klammer zu frau in sicht aber was wir nicht vergessen dürfen ist dass keiner dieser männer auf lampedusa bleiben wird sie werden unseren kontinent überfluten und die noch unsicherer machen als er bereits geworden ist das ist eine bewusste entscheidung unserer eliten ihnen liegt nicht die sicherheit ihrer eigenen frauen am herzen jetzt kann man sich über ihr persönliches sicherheitsempfinden meinetwegen streiten das ist sowieso subjektiv aber alles andere was sie da geschrieben hat ist ja ein hundertprozentig korrekt da sind extrem selten frauen zu sehen nicht afrikanische frauen sowieso nicht die migranten werden allesamt lampedusa bereits verlassener haben wir reden ja mittlerweile von der vergangenheit zum beispiel richtung deutschland und europa wird durch migration unsicherer als es bereits geworden ist und unsere medien wirtschafts und politelite will genau das so viele menschen aus afrika und nach ost wie nur irgend möglich in europa ansiedeln es stimmt also alles was sie geschrieben hat allerdings hat sie auch geschrieben dass sie persönliche sicherheitsempfinden sie davon abhalten würde selber hinzufahren und tim röhn hat dann dazu geschrieben ich bin wirklich kein fan der migrationslager in europa und sehe dringenden politischen handlungsbedarf aber das hier ist nichts anderes als rassistische scheiße schnips schnips ja dass das hätte noch gefehlt also das musste unbedingt raus ja das das war ihm wirklich wichtig versteht ihr wir verwandeln europa sehenden auges in ein absolutes drecksloch weihnachtsmärkte nur unter polizeischutz wie in einem krisengebiet in einigen stadtteilen geht es nur noch unter polizeischutz ins freibad wir verzeichnen deutschland statistisch jeden einzelnen tag mehr als zwei gruppenvergewaltigungen aber timmy wollte euch aber wissen lassen dass die eva da rassistische scheiße geschrieben hat gut ich bin so ein bisschen das ist ein bisschen sehr ausschweifend gewesen das ist also tim röhn und der hat sich jetzt letzte woche mit einem kollegen hingesetzt um erneut die wirklich wichtigen dinge zu recherchieren und dabei kam dieser artikel raus gab es in der schlumpf posse gar keinen schlumpf und in dem artikel erfahren wir das bei der gefährde ansprache da ging es gar nicht um die schlümpfe sondern zitat aus dem artikel um tief rechte symbolik die daten fotos sind in dem artikel noch nicht vorhanden man stützt sich da auf beschreibungen der zuständigen polizeibehörde um acht screenshots soll es gehen und auf einem davon stand also liebes youtube die polizei ich zitiere einfach nur wortwörtlich bitte keine hausdurchsuchung also auf dem bild stand ich zitiere nur nix jala jala nix jala jala ja ich habe meine ich schon wir lachen beide aber ich habe dann kurzzeitig überlegt ob wir die spenden aus der letzten folge nicht umleiten sollten an die amadeo antoni stiftung ja an claim oder vielleicht an der zug abgefahren aber gut das war noch nicht alles ja ich zitiere ihr oberteil habe die buchstaben hh aufgestickt gehabt außerdem habe sie eine mütze der marke pitbull getragen bei der fhz der konservativen fhz hieß übrigens unter der überschrift keine schlümpfe sondern hart auf dem kapuzenpullover sind die buchstaben hh aufgestickt was von rechtsextremen als kürzel für heil hitler genutzt wird sind aufgestickt ich meine du wirst gleich noch näher darauf zu sprechen kommen denke ich mal das klingt für mich als leser ja erstmal so als hätte man da einfach ein standard pulli und hätte da selber einfach buchstaben drauf gestickt oder so als wäre das eine manipulation von außen gewesen das wäre das eine veränderung die man selbst herbeigeführt hätte oder gezielt so gekauft rechtsextreme szene kleidung oder sowas die heißen die bekannten marken tor steiner ist eine okay zurück zu hh ich habe da festgestellt dass man herrn röhn und seinem kollegen eigentlich fast einen preis überreichen müsste dafür dass sie im gegensatz zur fhz bei der berichterstattung über eine 16 jährige zumindest offen lassen was dieses hh wohl bedeuten könnte ja bei der konservativen fhz stabil man es dem leser ja aus um emissionen zu scheißen dass das für heil hitler steht ob sache der eindruck kommt auf dass die 16 jährige heil hitler verehrt das ist das wichtigste okay weiter mit dem weltartikel also wir haben jetzt den spruch nix jala jala ein oberteil mit den buchstaben hh und eine mütze der marke pitbull außerdem war die zahl 1 161 teil ihres nutzernamens das sowohl für anti anti verstehen wobei man dazu sagen muss dass ich glaube diesen zahlencode kannte bis dienstag niemand ich kenne 161 als dieses graffiti was überall in großen städten halt zu sehen ist mit denen sie da dominanz ausstrahlen damit den linksextreme klar machen hier nix recht sein hier auf die fresse richtig das ist auch meiner meinung nach falsch übersetzt worden und dann bei der wild darauf gehe ich und sich weiter ein habe ich gerade wild gesagt von der welt und auch von anderen medien die jetzt nämlich behauptet also vor allem bei der welt hieß es dass 161 wohl für antifaschistische aktion also afa stehen würde steht das für richtig für antifa area von daher passt das halt sehr gut zu dem was du gerade gesagt hast dass das eine reviermarkierung ist letztendlich ja und geh mal durch irgendeine keine ahnung größere stadt oder so in berlin siehst du das an jeder ecke ja so ist das gut dann soll sie noch geschrieben haben in deutschland wird deutsch gesprochen was de facto nicht der wahrheit entspricht aber gut in einem post schrieb sie heimat freiheit tradition multikulti endstation und dann gab es wohl noch drei bilder die zusammengehörten auf dem einen stand deutsche auf dem nächsten dann jugend und auf dem nächsten voran also zusammengenommen deutsche jugend voran auch diesen slogan habe ich übrigens zum ersten mal in meinem leben gehört bzw gelesen jedenfalls soll der slogan auch von der ich zitiere neonazistischen kleinpartei der dritte weg verwendet werden und zu guter letzt deutschland fahnen deutschland fahnen sollen wohl zu sehen gewesen sein ja das schreiben hier tim röhn und sein kollege unironisch deutschland fahnen freunde ja und hier hätte ich fast vergessen die runen altdeutsche schrift und runen werden auch noch angekündigt ihr wisst schon ss symbolik wolfsangeln vielleicht eine schwarze sonne dreiarmiges hakenkreuz oder so weiß man nicht weil im artikel steht da nichts genaueres ja aber wir haben in der einleitung erfahren dass es um tiefrechte symbolik geht wenn wir dann etwas von runen erzählen oder das zu konkretisieren da muss natürlich an nazizeug denken ja die sachen von denen wir jetzt wissen also pitbull mütze schriftzug in deutschland wird deutsch gesprochen die deutschland fahne schlimmer was davon könnte jetzt eventuell unter ganz bestimmten bedingungen strafrechtlich relevant sein je nachdem was das für ein pulli ist dieser hh pulli korrekt ja wir sind mit dem artikel übrigens durch das steht auch nicht drin ich komme gleich zur auflösung am mittwoch kam dann der nächste artikel von röm et al der trägt den namen das sind die tik tok posts wegen derer ein schulleiter die polizei rief und da kriegen wir dann endlich auch die screenshots zu sehen um dies hier ging und die aufgesteckten aufgestickten verzeihung buchstaben was ja laut fhz heil hitler bedeutet sind die initialen von heli hansen war dir wahrscheinlich schon bekannt eine 1877 in norwegen gegründete kleidungsmarke die mit der rechten szene so viel zu tun hat wie keine ahnung wie eine marke halt die mit der rechten szene gar nichts zu tun hat und trotzdem brauchten sie den unglaublich der typ der sich sonst gibt als hier guck mal ich bin einer von den vernünftigen konservativen ich bin auch gegen die migrationspolitik und so weiter bedient sich dann solchen antifa methoden gegen eine 16 jährige weil die ihm zu rechts ist ist absolut unglaublich ich habe da neulich interview gesehen auf takers kanal ich habe vergessen mit wem ehemaliger war man unter trump irgendwie sicherheitsbehörde ich weiß ich habe den namen auch vergessen ja und der erzählt dann so ein bisschen über über psyops und sting operations und so und wenn man sich damit beschäftigt und der typ also der kommt klaren verstandes rüber und was er da äußert ist sinnvoll ja wenn man sich sowas rein zieht dann kommt man irgendwann zum eindruck möglicherweise ist alles eine psyop möglicherweise ist alles letztendlich in irgendeiner form von der cia kontrolliert oder 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 erklär mir das doch bitte mal also wie kann ein journalist ein ich weiß ich habe vor allem mal tim röns profilbild gesehen der sieht mir aus so wie ungefähr 40 wie kann ein 40 jähriger journalist nicht auf die idee kommen dass wenn wir da von einem kleidungsstück reden mit den buchstaben ha ha dass das möglicherweise eine bekackte winterjacke sein könnte von nelly hansen ich meine auf die idee sind wir ehrlich auf die idee kam nämlich auch an schlomo ja ihm war es einfach egal er wollte die einfach in die pfanne hauen er wollte einfach nur das narrativ untergraben dass da in absolut absurde art und weise gegen eine schülerin vorgegangen wurde und zwar weil sie fan war von einer partei von der er ebenfalls kein fan ist die er ebenfalls als seinen feind ansieht wahrscheinlich sogar seinen hauptfeind noch über den grünen und so vermutlich ja auch da gibt es keine neuigkeiten die geschichte ist mittlerweile drei vier tage alt ja das ist die jacke das ist das bild was es in die fhz geschafft hat also die beschreibung dieses bildes ja okay weiter dann haben wir ein bild der altdeutschen schrift mit lorbeerkranz die im letzten artikel angekündigt wurde die sogenannte frakturschrift wurde übrigens 41 von hitler persönlich verboten aber das ist ein anderes thema jedenfalls hat sie da scheinbar geschrieben stolze deutsche ich habe da mal ein wenig gegoogelt und direkt eine deutsch palästinenserin gefunden die bis vor einem halben jahr eine stolze deutsch palästinenserin war artikel von ich habe vergessen welches aus der tat war aber dankeschön die gibt das protokoll das hat mit dem angriff der hamas zu tun aber bis dahin war sie eine stolze deutsch palästinenserin ja wenn ich nach stolzer albaner in dem fall google dann finde ich alleine auf tik tok mehr konten mit diesem namen oder der beschreibung als auf einen screenshot passen bei instagram finde ich mehr stolz libanesen als auf einen screenshot passen beim zdr verfahren wir dass irgendein awad beim überfall der hamas letztes jahr als stolzer palästinenser und stolzer israeli starb und wusstest du schlomo dass mesut özil nicht nur stolz sondern sehr stolz ist weil seine wurzeln aus der türkei stammen war mir nicht bekannt ich hab da ein video für dich und also deine familie sind aus der türkei an gelsenkirchen also in der türkei auch in deutschland was viel fans sagen wir genau halt meine familie stand aus türkei meine wurzeln kommen aus türkei bin auch sehr stolz darüber aber bin in der dritten generation in deutschland und fühle mich so sehr wohl dort weil ich dort aufgewachsen bin geboren aber wer eine 16 jährige kommt auf die idee auf tik tok irgendwas unter dem motto stolze deutsche zu posten was sie da genau gepostet hat weiß man übrigens nicht aber was wir alle wissen ist dass wenn sie sich da abfällig über ausländer geäußert hätte dass wir dann jetzt alle wissen würden was sie da gesagt hat ja klar das sind die besten sachen die die gefunden haben und die haben eine woche danach gegraben so sieht es aus also in anderen worten unter der rubrik stolze deutsche war gar nichts zu holen sie hat das so genannt aber da war nicht zu holen was auch immer passiert ist damals wenn ich auf diesen übrigens das ist gar nicht tik tok das ist in dem fall instagram ne sieht so aus ja okay also wenn ich damals darauf regt habe dann was auch immer da war da war nichts zu holen ja sonst hat nämlich darüber gesprochen was für inhalte sich hinter diesem button da verborgen haben und ich das auf dem button draufstand stolze deutsche das beste was jetzt haben ist die vom führer persönlich verbotene frakturschrift ein scheiß lorbeerkranz und den positiven bezug zum deutsch sein oder vielmehr ein unironischer positiver bezug zum deutsch sein der ist auch nicht direkt wieder verknüpft mit ich bin stolz darauf dass die homo ehe hier ist und ich bin stolz darauf dass wir so viele migranten hier aufnehmen das darf man machen wenn du das verknüpfst mit ja und deswegen finde ich es gut deutscher zu sein weil hier sind so viele migranten das ist okay aber nicht wenn du abseits davon auf irgendwas tatsächlich deutsches stolz bist richtig also zum beispiel wie du leidest das schon gut ein sauzern schebli ja die ist nämlich sogar super stolz gewesen als sie endlich sagen konnte ich bin deutsche darum ist das unironische in diesem positiven bezug auf das deutsch sein auch relevant weil bei schibli ist das halt ironisch gemeint deshalb beschwert sich da auch keiner und sie dürfte das auch weil das dann wieder dafür steht dass hier halt viele migranten also du darfst darauf stolz sein dass hier so viele migranten reinkommen du darfst darauf stolz sein dass du einer von diesen migranten bist denn das ist okay dann darfst du stolz auf dein deutschstum sein weil es halt für die abschaffung des deutschen steht ja aber nicht als 16 jährige irgendwas mit stolze deutsche gut bemerkenswert bei der deutschen welle erschienen 2010 ein artikel mit der überschrift eine palästinenserin im berliner senat gemeint war sauzern schebli die war zu diesem zeitpunkt bereits seit über 16 jahren eingebürgert also seit 16 jahren nicht nur stolz sondern super stolz darauf sagen zu können dass sie eine deutsche ist im artikel wird sie dann als palästinenserin beschrieben frag sie mal beim glas wein was sie ist das wäre eine relativ klare vorgehaltene an was sie für ein landsfrau ist so sieht es aus ja frau schebli sind sie eine sogenannte kartoffel ja gut den artikel müssen die übrigens kürzlich umbenannt haben in integration einfach nur integration statt eine palästinenserin im berliner senat und das ganze muss innerhalb der letzten zwölf hundert passiert sein obwohl der artikel mittlerweile über 13 jahre alt ist du siehst ja schlomo das ist eine momentaufnahme der wayback machine vom april 23 und da war die überschrift noch die alte ja und wenn du jetzt auf diesen artikel gehst oder diese überschrift sucht ja der link ist noch derselbe hat der link ist deutsche welle punkt de slash und dann eine minus palästinenserin minus und so weiter und so weiter ja aber die die überschrift ist jetzt integration interessant dass man da zehn jahre später nochmal an die überschrift geht das wundert mich auch sehr jetzt weiß ich nicht genau wie funktioniert die wayback machine ich bin der meinung die macht quasi ein screenshot von einer webseite und dieser screenshot von dieser webseite vom april 23 zeigt noch die alte überschrift das heißt nach 13 jahren war das hier noch die überschrift und nach 14 jahren war dann die überschrift integration genau gut merkwürdige geschichte aber weiter geht es mit der 16 jährigen schülerin dann haben wir noch die runen ja das sollte ja der eindruck erweckt werden dass sie da mit ss symbolik oder sowas gespielt hätte und null treffer im artikel in diesem neuen artikel der welt der letzte artikel ja das siegel der artikel taucht das wort rune kein einziges mal auf ihr habt das auch im screenshot glaube ich eingeblendet meine suchanfrage oben da ist nichts zu sehen der zahlencode 1161 der könnte tatsächlich für anti antifa stehen denn genau das also anti antifa war auf ihrem tik tok kanal irgendwo ebenfalls zu lesen ist vielleicht der richtige zeitpunkt mal wieder darauf hinzuweisen dass der verfassungsschutz mindestens 47 antifa gruppen beobachtet warum mindestens ich zitiere die liste ist zum einen deswegen nicht abschließend weil der verfassungsschutz betont dass generell nicht alle beobachteten gruppen in seinem bericht genannt werden müssen zum anderen gibt es neben diesen 47 als extremistisch eingestuften antifa gruppen auch grenzfälle die vorrangig einem anderen linksextremistischen zusammenschluss angehören der ebenfalls im visier der verfassungsschützer steht wie etwa die antifaschistische linke freiburg diese initiative trägt zwar den antifaschismus im namen beteiligt sich an treffen der antifa szene und tritt in die digitalen netzwerken als antifa freiburg auf aber sie begreift sich primär als teil der interventionistischen linken eine vom verfassungsschutz beobachteten linksextremistischen organisation und verwendet auch deren logo ich habe da gehalte antifa werden beobachtet aber gelten als nicht als antifa ja ja ich meine das ist ja ein fließender verlauf und so soll es ja auch sein fließender verlauf dann bis hin zu unserer innenministerin die für den vvnbda in ihrem magazin namens antifa ein artikel geschrieben hat der vvnbda der wiederum laut ihrem eigenen vs in bayern extremistisches und die parlamentarische demokratie abschaffen will weil es sie weil es diese als die oder weil sie diese als eine vorstufe vom faschismus begreifen insofern dieser fließende verlauf ist ja gewollt und es ist ja an sich schon mal irre dass wir hier extremisten haben die leuten zu hause einsteigen mit dem hammer und die beine mal trittieren und wenn du dann sagst ich bin gegen diese extremisten dann wirst du als extremist behandelt von weltjournalisten die eigentlich einen auf konservativ machen das ist ja irre ja also in anderen worten antifa absolut tausendprozentig wünschenswerte einstellung die man sich bei seinen kindern wünscht ja und bei diesen kack servatives zieht dann das argument ja aber die antifas haben netten namen gegen faschismus also bist du für faschismus oder wie nee da könnte sich einfach faschist nennen wieso dann anti antifa das selbe outlet ist beides welt also der artikel von 2020 mindestens 74 antifa gruppen im visier der verfassungsschützer ist etwas von der welt anderer kollege ja der leubecher der ist tatsächlich basiert aber selbes outlet ist ganz witzig gut die bildfolge mit dem slogan deutsche jugend voran die gibt es tatsächlich auch allerdings ohne jeden bezug zu irgendeiner politischen partei oder organisation und der letzte auffreger ist ihr profilname 311 loretta 1 8 lautete der wobei die 18 natürlich für adolf hitler stehen soll und die 311 für halt ich fest stumme kuklux klan das ist so dämlich dass ich erstmal googeln musste und ja das soll stehen für wie kommst du von 311 auf kuklux klan ja gut ja also es ist was auch funktioniert so drei mal der elfte buchstabe dann kommst du auf kkk ja das ist dreimal der elfte buchstabe des alphabets und dann steht das für kuklux klan ja wusste ich vorher auch nicht allerdings muss man auch sagen dass 18311 auch die ort wo das ganze stattgefunden hat ja diese zufälle getrennt also sie macht einen teil der zahlen dann ihren namen dann den anderen teil der zahlen dann dreht sie die zahlen auch um also statt 18 loretta 311 ist es ja 311 loretta 1 8 aber auch das die frage warum sollte man das umdrehen also man sollte ja meinen gerade im deutschsprachigen raum dass wenn es das ist was du ausdrücken willst die 18 vorne steht und nicht hinten ja aber gut ja und stell dir mal vor wir würden hier reden über irgendeinen antifa account und dann einen angeblichen zahlencode für was linksextrem ist der aber gleichzeitig die post leitzahl ist wenn ihn umstellt ne da wäre die sache klar das wäre denen auch zu blöd bei der welt ja was können wir jetzt daraus insgesamt schließen also ich habe den eindruck dass da eine 16 jährige durchaus mit rechter symbolik spielt ohne dass es auch nur das geringste anzeichen dafür gibt dass sie ideologisch irgendwie gefestigt wäre oder irgendwelche kontakte hätte oder irgendwas da spielt jemand so ein bisschen mit grenzen und das ist ja schon wohlwollend interpretiert jugendlich edgy unterwegs ne und halt pro afd also das pro afd scheint ja eine gewisse festigung zu haben und der rest sind halt memes guckt ihr an was die ganzen linken für eine scheiße posten naja ja ich meine das ist ganz wichtig macht euch klar dass tiktok dazu dient die videos zu verbreiten ja und obwohl sie zahlreiche videos veröffentlicht haben muss weil sonst kommt man halt nicht auf die ich glaube 7000 likes und irgendwie 650 follower sowas ja da stand aber zu keinem zeitpunkt in der kritik was sie dort in ihren videos erzählt oder gezeigt hat also es gibt schlichtweg kein video in welchem sie irgendwelche tief rechten um bei der wortwahl von Herrn röhn zu bleiben inhalte verbreitet oder so ja wenn es ein derartiges video gäbe dann hätten wir es schon längst gesehen in dauerhaft sehr interessant dass das jetzt auf einmal auf dem tisch liegt eine woche später dann das ding geht durch die medien sie haben überhaupt kein gegen narrativ das ding wird ein riesen aufreger und dann einige tage später eine woche später kommen auf einmal all diese posts ne es wirkt halt so als hätten einfach genres nochmal alles auf den kopf gestellt um irgendwas zu finden womit man die 16 jährige verbrannter machen kann damit niemand das mehr anfassen will ja was bleibt ist eine 16 jährige die nicht mal mit viel fantasie eine straftat nicht mal eine ordnungswidrigkeit begangen hat der schuld hat aber der meinung war die polizei rufen zu müssen und die gerufene polizei dann der meinung war jetzt eine gefährde ansprache durchführen zu müssen ja ich gebe euch brief und siegel wenn loretta nachweislich zehnmal zu links wäre wie sie scheinbar rechts ist dann wäre es nie zu einer gefährde ansprache kommen sondern dann hätte ihr den nächstbesten jugendclub linksextremistischer prägung empfohlen damit sie da die richtigen leute kennenlernen kann und später mal polizisten mit steinen bewirft oder politischen gegnern mit hammer den schädel einschlägt ja mein der schulleiter hätte sie vorgeschlagen als neues uberhaupt von diesem club ja oder die wäre von weiß ich nicht nancy faeser vorgeschlagen worden für für irgend so einen bekackten wertlosen preis in zusammenhang mit zivilcourage oder so eine scheiße verfassungsschülerin des jahres oder so ja gut dann habe ich noch ein video von einer aktion die von irgendwelchen rechten durchgeführt wurde am montag an loretta schule ich meine dunstkreis ib oder ib ich will es nicht beschwören ist doch irrelevant schöne aktion auf jeden fall ja ich habe heute angekündigt habe mit ihrer mutter telefoniert die hat sich für die spin bedankt und dafür dass wir das ganze thematisiert haben ja ich soll allen die sich beteiligt haben nochmal ihren dank ausdrücken also freunde dieser applaus hier das ist euer applaus vielen vielen dank nochmal und bei der gelingend habe ich mit ihr dann nochmal über die schlümpfe gesprochen weil das ist es ja was man versucht hat zum skandal hoch zu kochen laut der polizei ging es gar nicht um die schlümpfe ja das war alles nur vorgeschoben worum ging es denn dann fragt ihr euch sicherlich das wüsste ich auch gerne laut der mutter wurde loretta einfach nur blöde angeglotzt und dann wurde sie gefragt was sie denn glauben würde weshalb die polizei hier sei daraufhin hat sie also loretta gemutmaß dass es zum beispiel um dieses video gehen könnte woraufhin die polizei aber eben nicht gesagt hat nein wir sind nicht wegen der schlümpfe hier sondern weil du ein foto mit helly hensen jacke gepostet hast oder so sondern die haben sich das angehört und mit ihr über ihren tiktok account gesprochen ohne jemals konkret zu sagen was jetzt mit dem account das problem ist ja implizit waren halt die inhalte das problem aber nie in irgendeiner form konkret und auch die screenshots hat man loretta wohl nicht gezeigt ja nochmal ein absatz aus dem welt artikel doch all das scheint an der sache vorbeizugehen wie welt schon am montag berichtet hatte da teilte die polizei inspektion stralsund auf anfrage mit über schlümpfe hätten die beamten mit der schülerin nie gesprochen worüber dann fragen wir uns alle ich lese weiter auslöser sei vielmehr eine anonyme e mail gewesen die der schulleiter erhalten hatte inhalt unter anderem acht screenshots von veröffentlichungen des mädchens auf den plattformen tiktok und instagram in einer e mail an welt teilte die polizei mit was auf den bildern zu sehen sei da passt dann der erste teil des absatzes nicht zum zweiten absatz 1 es ging nicht um die schlümpfe absatz 2 der auslöser für den polizei besuch war eine e mail mit screenshots ja das ist eine super info die wir übrigens auch bei news und junge freiheit schon erfahren haben aber dieser welt artikel will ja letztendlich belegen dass das alles erstunken und erlogen war worum es jetzt konkret ging also welche exakten vorwürfe die polizei loretta gemacht hat erfahren wir aber auch bei der welt nicht ja und das passt exakt zu dem was mir das mutter erzählt hatte die kamen da an setzen sich hin und fragen loretta was sie glaubt wieso die polizei da ist ja loretta fängt mit die schlümpfe an die polizei sagt weder ja noch nein sondern erzählt ihr dass dieser tik tok account nicht okay wäre oder sowas also das thema war dann tik tok ja und loretta eine 16 jährige schülerin die gerade aus einem verhörzimmer mit schulleiter irgendeinem lehrer drei polizisten und wohl weiteren personen kommt also acht personen oder sowas ja erzählt dann ihrer mutter dass es um die schlümpfe ging also sorry aber das ist nachvollziehbar denn nach ihrer darstellung hat die polizei eben nicht gesagt dass sie nicht wegen der schlümpfe da abhören sondern aus einem anderen grund überhaupt diese vorgangsweise überhaupt hey was denkst du denn warum wir hier sind das ganze in der schule zu veranstalten und so es ist halt eine china eske einschüchterungstaktik ja und ich meine das wichtigste ist es bleibt ja auch dabei der der punkt war nicht die scheiß schlümpfe ja der punkt war und ist dass dort eine 16 jährige die sich juristisch nichts hat zu schulden kommen lassen vom schulleiter und drei polizisten für alle sichtbar aus dem klassenraum ins lehrerzimmer eskortiert wurde ähm als hätte sich weiß nicht in der pause jemand abgestochen oder so ja also was auch immer da jetzt genau besprochen wurde das hätte man alles ganz entspannt nach schulschluss und dabei seien der eltern versprechen können ja es ging um die bloßstellung es ging um den psychologischen effekt es ging darum sie einzuschüchtern es ging darum dass sie diese posts eben sein lässt dass sie politisch nicht genehme posts sein lässt ich ich würde gar nicht so weit gehen schlummer vielleicht haben wir es doch einfach mit einem unfassbar dummen schulleiter zu tun und der sich mit einer unfassbar dummen polizei ja also dummer schulleiter also der wusste schon was er tut wenn er die da in die schule ja hätte einfach den keine ahnung selber eine e-mail schreiben können und vielleicht rufen die dann mal da an oder so aber der wollte schon diese szene er hat doch einfach das gespräch mit den eltern suchen können ja oder wenn wenn er schon versagt dann hätte zumindest die polizei da ankommen müssen und zum beispiel sagen können okay alles klar sagen sie mal dem klassenlehrer dass er loretta bei gelegenheit bitte mitteilt dass sie nach schulschluss bitte ins lehrerzimmer kommen soll ja und da sitzen dann halt jetzt müssen es auch nicht drei polizisten sein einer hätte übrigens gereicht ja aber meinetwegen zwei oder drei polizisten sind super freundlich und so aber die sitzen da halt und der retter kommt an und klopft ja auch das wäre das war geblieben was was sie als als größtes problem beschrieben hat nämlich diese diesen ultra peinlichen gang übers schuhgelände in begleitung von drei polizisten die sie ja wohlgemerkt gemäß ihrer schilderung eingekeilt hatten und das wäre auch noch völlig absurd bei diesen posten es gibt überhaupt kein anfangsverdacht für irgendetwas es gibt um welches verbrechen soll es überhaupt gehen und dann ist auch die frage warum hat der schulleiter sich nicht bei der presse gemeldet der ja auch bezichtigt wurde in großer form in vor einem großen publikum wegen diesem schumpf video das gemacht zu haben mit nein nein in der e mail die ich bekommen habe da war das und das und das warum braucht die welt dafür anderthalb wochen um das auszugraben wieso kommt er nicht sofort zur welt der schulder hat glaube ich soweit ich weiß mit der presse bisher kein wort gewechselt warum diese bilder erst so spät in der presse gelandet sind lag daran dass es offensichtlich den eltern oblag eine freigabe bei der polizei für die presse zu geben für diese ich glaube es ging immer nur um die screenshots nie um die e mail also diese e mail scheint bis heute niemand gesehen zu haben und die mutter von loretta oder der vater genau ich glaube es war die mutter die hat gesagt news könnt ihr diese screenshots gerne weiterleiten das ist dann geschehen news hat darüber berichtet dann hat sich ja die welt veranlasst gesehen da mal einen gegenartikel zu schreiben der sich ebenfalls einfach nur auf die schilderungen der polizei nicht aber auf die screenshots selber beruft oder die haben halt so getan wer weiß und einen tag später oder so wurde das dann ja von von seiten der polizei an alle pressehäuser durchgestochen und dann hat halt jeder die screenshots vorliegen aber die lagen zuerst tatsächlich zumindest offiziell nur bei news vor also so kommt diese verzögerung ins spiel also von daher ich habe keine zweifel dass das diese e mail genauso geschrieben wurde und die screenshots da am weiß ich gar nicht 25 nee 25 erst morgen wann wie waren das 15 da keine ahnung das ist ja so die ginge an tag 1 ein und dann tag 2 wurde sie dann da eskortiert ins lehrerzimmer das zweife ich gar nicht großartig an ich zweife aber auch nicht an die schilderung von ihr beziehungsweise von ihrer mutter dass es dort nicht hieß nein fangen sie sich an mit so blödsinn von den schimpfen ja wir sind hier weil sie da frakturschrift benutzt haben oder was ja also da hat ja die polizei uns auch keine weiteren infos rausgehauen ja die haben nur bekannt gegeben es ging nicht um die schimpfe ja es ging nicht um die schimpfe nee sorry das haben sie eben nicht sie haben gesagt wir waren nicht wegen der schimpfe da ja was überhaupt nicht ausschließt dass die sich dann gesetzt haben gesagt haben na loretta was stoppst du wieso wir hier sind ja und das auch nur als rauchbombe ich meine die polizei hätte ja sagen können das und das hat den anfangsverdacht für uns dargestellt zu straftat xy paragraf so und so nein das gab es nicht es gab hier guck mal die hat so einen haley hansen pullover gehabt und guck mal das und guck mal das irgendwas davon sucht euch irgendwas aus aber nicht die schimpfe vergesst die schimpfe die schimpfe sind nicht wichtig das und das und das irgendeins davon so ist es mein lieber ja das war's das das ist die die saga aus schlumpfhausen ja freunde ich nehme an da wird jetzt auch gar nichts bekommen man wird das ding jetzt einfach im sand verlaufen lassen verrückte geschichte auf jeden fall ja und nochmal liebe grüße von der mutter ja ich hoffe das hat euch spaß gemacht mir hat es auf jeden fall spaß gemacht und wir sehen uns in alter frische wie immer nächsten sonntag 18 uhr hast du ein donnerstag stüm ja ich weiß noch nicht also ich habe jetzt kein konkretes thema eventuell mit boost die dritter teil zu der zerstörung der afd eventuell setze ich aus ich weiß noch nicht genau alles klar tja auf jeden fall setzen wir nicht nächsten sonntag 18 uhr hier aus bis dann haut rein und macht's gut